Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Stalk Club Smoky Rye Whisky. Heute bin ich geschmacklich in Deutschland. Macht auch Sinn, denn heute ist Tag des deutschen Whiskys und welcher Whisky macht da mehr Sinn als einer aus Deutschland? Ich bin heute im Spreewald bei den Spreewood Distillers und die Jungs, die sind relativ experimentell unterwegs mit vielen verschiedenen Abfüllungen. die sie in der Vergangenheit hatten, finde ich super interessant, was die da machen. Sie haben aber auch ein klassisches Sortiment und die Basis deren Produkte ist immer Roggen. Die machen im Spreewald in Schlepzig einen Rye Whisky, der dann in verschiedenen Variationen erhältlich ist. Die Fassrezeptur ist immer ein Mix aus frischer deutscher Eiche und frischer amerikanischer Weißeiche. Und ich habe die Brennerei schon zweimal besichtigt. Ich kann das auch echt empfehlen, wenn man in Berlin ja Umland unterwegs ist und Zeit hat, kann man auch gerne die Familie mitnehmen. Das ist da in Schlepzig oder im Spreewald an sich wunderschön. Auch die Brennerei an sich, das Gelände, dieser Hof, vor allem wenn sie Events machen, ist der Hammer. Also kann ich echt nur empfehlen. Ich war schon zweimal da und bei Möglichkeiten, bei Gelegenheit fahre ich da auch gerne ein drittes Mal hin, weil die Jungs auch super sympathisch sind. Im Standardsortiment haben sie einen Fullproof Rye Whisky, glaube ich heißt der, und einen Rye Malt Whisky, wo der Roggen gemelzt ist, was eine Scheißarbeit ist. Also Chapeau dafür, dass ihr sowas im Sortiment habt. Und sie haben eben auch diesen Smoky Rye. Und als ich das erste Mal in der Brennerei war, waren wir auch irgendwann in einem der Fassläger. Und in dem das unter dem Dach liegt, wo so Bilder an die Wände gemalt sind. Und da knallt im Sommer schon gut die Sonne drauf. Das heißt, die Fässer kriegen Mordshitze ab. Und wir haben da was aus dem Fass probiert. Und zwar war das ein Rye Whisky, der in einem Ex-Lafroig-Cask reifte. Das heißt, dieser Rye Whisky hat sich die Rauchigkeit über die Vorbelegung durch diesen Lafroig gezogen, was mega interessant war. Ich glaube, es war damals aber noch nicht ganz Whisky, weil noch keine drei Jahre alt. Irgendwann wurde das Ganze dann Whisky und war über drei Jahre alt. Und dann haben sie die Abfüllung auch gebracht. Allerdings nicht rein aus diesen Lafroig-Fässern. Sie haben das mit ihrer klassischen Mesh-Bill im Fassbereich gemischt. Du hast hier einen Rye Whisky aus Virgin Oak, amerikanische Weißeiche und eben frische deutsche Eiche. Plus eben diese Lafroig-Cas. Hinten steht aber drauf, ein beachtlicher Anteil. 50 Volumenprozente hat er. Nicht gefärbt und ich meine auch nicht kühlfiltriert. Und preislich müsst ihr gucken. Ich habe hier die 0,5 Liter Flasche. Die liegt irgendwo im Netz so zwischen 30 und 40 Euro. Auf der Internetseite selbst von Storklub findest du den Whisky aber auch in 0,7 und da kostet er 50 Euro. Also einfach mal die Äuglein offen halten. Und dieses Storklub, dieser Storch, der ist da auch Phase, weil wenn man den schleppt, sich unterwegs sind, gibt es da so riesengroße Masten an der Straße. Da sind oben überall Nester für die Störche. Die sind da zu Hause. Golden. Also wunderschön dort. Wunderschön. Ist zwar ein bisschen abgelegen, ja. So remote, aber das passt zur Whiskybrennerei. Ich finde es da sehr schön. Und ich finde es auch cool, dass sie ihrer Linie treu bleiben. Sie machen einen deutschen Rye Whisky und nichts anderes. Ist auch cool. Musst halt nur Rye Whisky mögen und in dem Fall halt auch Rauch mögen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der dann jetzt in der Flasche ist. Weil aus dem Fass direkt war der schon geisteskrank. Also gut. Pfeffrig ist er. Und leicht rauchig ist er. Ja, der Roggen kommt volles Pfund. Also du riechst, du hast kein Gerstenmalz-Whisky im Glas. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mal in der Whiskybrennerei ist, je nachdem, was die dort produzieren. Fragt einfach mal, ob sie Gerste da haben. Riecht mal an der Gerste. Wenn ihr dort bei einem Spreeboot-Destiller seid, fragt mal, ob ihr am Roggen riechen könnt. Das riecht halt anders als Gerste. Viel tiefer. Schwer zu beschreiben. Aber auch durch die Reifung in den Virgin-Oak-Fässern. Also den kann man ziemlich bildlich beschreiben, diesen Whisky. Nimm dir mal eine Scheibe Roggenbrot. Schmier dir mal ordentlich Frischkäse drauf. Bisschen Schnittlauch drüber. Und dann träufelst du dir ein bisschen Lafroic 10 Jahre aufs Brot. Genau das ist das. Pfeffer noch. Pfeffer noch ein bisschen nach. Alkohol ist sehr angenehm. Du riechst es ehrlich kräftig, aber Alkohol schiebt nicht unangenehm oder so. Der riecht sich gut. Ich bin nicht so der Fan von Roggen-Whisky. Da muss ich echt Bock drauf haben, dass ich mal einen Rye-Whisky trinke. Aber mir geht es auch ähnlich mit dem Rauch. Ich liebe Lafroic, aber ich habe auch nicht jeden Tag Bock auf einen Lafroic. Und ähnlich ist es mit dem Roggen. Aber das riecht sehr nice. Das riecht echt gut. Dieser Rauch da drin gibt einem eine gewisse Komplexität. Der ist nicht so stark. Der ist gerade so stark, dass du ihn wahrnimmst. Aber er ist super ausgewogen. Passt da gut rein. Auch das Mischungsverhältnis perfekt. Der macht schon Spaß. Nice. Prost. Also wirkt mich so einmal die Küchenschublade, in denen die Kräuter drin liegen, einmal ausgeleckt. So die Küchenkräuter. Wirklich extrem kräuterig. So krass gedeckt, kräuterig, würzig, mit ein bisschen Pfeffer. Dieser Lafroic-Rauch, der gibt dem Ganzen so etwas Ledriges, als wäre die Küchenschublade mit Leder ausgekleidet. So in die Richtung geht das. Und dann halt die volle Roggen-Packung. Wirklich das Roggen-Brot. Also er schmeckt, wie er riecht. Bloß ist dieses Brot, von dem ich da erzählt habe, das du dir schmierst, das ist er in Leder eingepackt. Verrückte Assoziation. Aber so kann man sich es am besten vorstellen. Rinden raus, ein bisschen parfümiert, fast schon über den Roggen. Aber ich finde den unfassbar geschmeidig, weil alt sind diese Stalk-Club-Whiskys nicht. Ich glaube, 4, 5, 6 Jahre alt, so in dem Dreh. So Mischungen aus unterschiedlich alten Fässern. Du schmeckst dem überhaupt keine Jugend nach. 50 Volumenprozente. Der ist nicht alkoholisch unscharf oder so. Irgendwelche Fehlnoten drin. Irgendwie zu viel Virgin Oak. Ne, das passt. Also den haben sie echt gut hingekriegt. Und dieses Leck, die Küchenschublade mit den Kräutern aus, das passt halt auch unfassbar geil zu dieser Laphroaig-Aromatik, die über das Fass kam. Es passt wie Kopf auf Arsch. Und da ist unfassbar krass ein Schuh draus geworden. Das passt. Das sollen die bitte niemals aus dem Sortiment nehmen. Der muss immer verfügbar sein. Ich finde es jetzt auch gut, dass es ihn in 0,7 gibt. Aber es schmeckt klasse. Dein Roggenbrot mit Frischkäse, Schnittlauch und Pfeffer und ein bisschen Laphroaig. Und das packst du schön in Leder ein, gibst es deinem Kuppel und sag, hier probier mal. Ich habe dir hier was Gutes getan. Hab dem Brot geschmiert. Der Whisky schmeckt ganz genau so. Das ist die flüssige Variante davon. Mit ordentlich Dampf. Steht ihm aber gut. Guckt mal im Netz, je nachdem ob 0,5 oder 0,7. Aber das ist ein sehr schöner deutscher Whisky. Man muss halt auf Roggen stehen und man muss auf Rauch stehen, wenn man auf das steht. Was speziell ist, aber wenn man drauf steht, super nice Teil. Gefällt mir sehr gut. Habt ihr gut gemacht hier. Grüße in Spreewald. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Übermelden. ün wiederstaireen. Wir sindCómoament richtig. Wir sind eine Frage entfernen.